Wenn Ihr Netzwerk zu langsam läuft, liegt das wahrscheinlich an veralterter Hardware. Mit dem Gigabit-Netzwerk-Switch von TipeLink kommen Ihre Daten wieder in Fluss. Er ist ausgestattet mit 8 RJ45-Ports für 10, 100 und 1000 Megabit Ethernet. Dadurch können Sie alte und neue Geräte mit dem Gigabit-Switch verbinden. Insgesamt verbessert sich die Reaktionszeit des Netzes, weil alle Geräte mit dem jeweils optimalen Speed unterwegs sind. An den grünen Status-LEDs sehen Sie, mit welcher Geschwindigkeit die Daten übertragen werden. Der höhere Durchsatz macht auch die Datensicherung auf Nasslaufwerken viel schneller und komfortabler. Mithilfe der vorgefertigten Halterungen können Sie den Switch problemlos an der Wand befestigen. Der Gigabit-Switch von TipeLink macht Ihrem Netzwerk Beine. Damit arbeiten Sie endlich schneller und effektiver. Also, starten Sie durch.